ja hallo und herzlich willkommen bei vier und ich hab den sound ein bisschen lauter gestellt ich glaube er war ein bisschen zu leise wir suchen immer noch die steuerung die wir werden jetzt sicherlich auch die wir sind die auch bald finden auf zumindest hier geht sicherlich lang wir gehen wir zurück oh oh wer ist das treffen sie sich mit den konstruieren ich bin ein bisschen zu zu vorsichtig ist mit dem sound geworden ein bisschen lauter können wir schon die fangen an zu schießen hier geht es wohl nicht mehr so gut die soll ich wahrscheinlich umbringen machen wir das erstmal so eigentlich bescheuert so die waffen haben wir ja das war vielleicht nicht so ganz so klug eine leiche ein telefon z zum benutzen ok da oben ist nichts mehr weiter schauen gucken, gucken, passiert hier noch was das mitnehmen und ganz vorsichtig um die ecke da passiert gar nichts ok ok pass mal vorsichtig um die ecke runter ach so hier ist auch nichts alles nur blut wenn ich jetzt wieder hoch ach ich bin ja hm sehr klug sehr sehr klug das war meine kleine runde das wollte ich euch mal zeigen dass man auch sowas machen kann sehr toll ich musste eigentlich hier lang so check point es wird gespeichert an alle einheiten echo null antworte nicht mehr einsatzleistung hier ist echo 7 sollen wir nachsehen film angst k tolle sache tolle wurst da schleicht man sich da schon an Dann kommt wieder sowas dabei raus Er hat sich verzogen Gehen wir mal hier lang Okay Sie hat sie jetzt gar nicht gewehrt Okay, vorsichtig Okay 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 Und dann war alles weg Dazwischen auch Hier ist auch alles weg Okay, dann müssen wir wohl da lang Eieieiei Wie gesagt, ich muss mich mal wieder dran gewöhnen Das ist schon ein bisschen anderes Also mit Shift Mit Shift zu zielen Ist schon Also ranzuzoomen ist schon ein bisschen Ein Unterschied Ich müsste mich vielleicht mal vorher mit den Spielen Vertraut machen, die Steuerung Oh Was ist da runtergefallen? Irgendwas Irgendwas guselig ist es hier Ich hab mich sowieso gesehen So ein Schweinehund So ein Schweinehund Oh, ich muss nachladen Ich hab's gar nicht drauf gewartet Nicht sehr klug Moin Was versteckst du dich denn dahinter? Okay Kommen wir da hoch? Hm Schhhh Da hieße Platt gemacht Nice Da ist alles so ein bisschen kaputt, wa? Sie haben Sie haben eine neue Nachricht Ja, hier Jet von der Buchhaltung Niemand weiß was los ist, aber wir haben jede Menge laute Geräusche gehört Wisst ihr Jungs da drüben was? Ende der Nachrichten Ja, wir wissen was hier ist Hier sind sehr viele Leute Am Schlaf Am Schlaf Wir nennen es einfach Schlaf Für Ein Checkpoint Wird gespeichert Hier gibt's erstmal Hier gibt's erstmal Lass wir sie erstmal durch die Ligen laufen Lass wir sie erstmal durch die Ligen laufen Kommt da einer hoch? Das haben wir auch noch geschafft Sehr schön Okay Nehmen wir erstmal ein bisschen Heilung Oh Oh Das Äh Die haben mich glaube ich gesehen Das gibt's doch nicht Sauerklauch Ok, so weit kann er gar nicht werfen Wo ist er? Hinter der Wand Ich bin hinter der Wand Au ouch, ouch, ouch